Herzlich Willkommen zu einem neuen Video heute Ohne Chemie 10 natürliche Mittel gegen Ameisen in der Wohnung In der Natur mögen Ameisen ohne Frage nützliche Tierchen sein, aber in der Wohnung sind sie definitiv fehl am Platz. Sollten die Kleinen in deine heimischen vier Wände eingefallen sein, können dir vielleicht die folgenden 10 Tipps helfen, um sie ohne Kammerjäger und chemische Keule zu vertreiben. Nummer 1 Zitronensaft Zitronensaft ist eines der effektivsten Mittel, um Ameisen zu verschäufen. Sein beißender Geruch stört die sensiblen Sinnesorgane der Ameisen so sehr, dass diese nicht mehr mittels Duftstoffen miteinander kommunizieren und ihre Straße, die ebenfalls durch Pheromone markiert wird, nicht mehr wiederfinden können. Nummer 2 Gurkenschalen Dass Ameisen bei Gurkenreis ausnehmen, liegt entweder an dem Geruch des grünen Gemüses oder, was wahrscheinlicher ist, an einem Stoff in der Schale, der die Pflanze vor Schädlingsbefall schützt und dementsprechend giftig für die Ameise sein kann. Nummer 3 Ätherische Öle Die meisten der hier aufgelisteten Methoden basieren auf dem Prinzip, die Ameisen mit Hilfe von starken Gerüchen zu vertreiben, wofür sich natürlich auch ätherische Öle wie Lorbeeren, Nelken oder Teebaumöl hervorragend eignen. Nummer 4 Zimt Auch ätherisches Zimtöl kann verdünnt mit einem Wattestäbchen oder einem Tuch aufgetragen werden, wo die Ameisen sich zeigen. Alternativ kannst du einen halben Liter Wasser mit zwei Esslöffeln Zimt und einigen Nelken in einer Sprühflasche miteinander vermischen und das Gemisch an den entsprechenden Stellen verteilen. Nummer 5 Backpulver oder Puderzucker Falls du die Ameisen und in diesem Falle weitere Insekten nicht einfach nur vertreiben möchtest, kannst du ihnen ein für alle Mal den Garaus nehmen, indem du Backpulver und Puderzucker zu gleichen Teilen miteinander mischt und als Köder auslegst. Nummer 6 Maismehl Eine ebenso rabiate Maßnahme wie die vorherige stellt Maismehl dar. Als Nahrung zu sich genommen, unterbricht es den Verdauungsprozess der Ameisen, wodurch sie einige Tage später verhungern. Nummer 7 Essig Ein solch harmloses und zudem äußerst effektives Hilfsmittel ist Essig, der die Ameisen aufgrund seines starken Geruchs fortjagt. Nummer 8 Pflanzen Anstand verschiedene Mittel in der Wohnung oder im Garten zu verteilen, kannst du auch versuchen, die Ameisen mit aromatischem Pflanzenöl, wie Eukalyptus, Basilikum, Pfefferminz oder Thymian auf Distanz zu deinem Haushalten. Nummer 9 Babypuder Auch Babypuder kann Ameisen fernhalten, was aber weniger an dessen Geruch liegen dürfte, sondern vielmehr an dem Talg, den dieser Kosmetikartikel enthält. Und Nummer 10 Kreide Neben Gerüchen, die unangenehm für die Ameisen sind, kannst du ihnen also auch mit unüberwindbaren Hindernissen das Leben schwer machen. Anstatt Babypuder zu verstreuen, kann es bereits ausreichen, eine einfache Kreidelinie zu zeichnen, die die Ameisen zu überqueren nicht in der Lage sind. Das waren also die Tipps, bevor du zur Chemiekeule greifst, kannst du diese erst befolgen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Und lass die Bewertung da, würde mich freuen. Danke, tschüss. Bewertung da, würde mich freuen. Danke, tschüss. Danke, tschüss. Danke, tschüss.